Ich begrüße dich ganz recht herzlich zu diesem Channeling Kongress 2023. Es geht um die Aktivierung der Schöpferkraft und ich freue mich zu diesem Thema hier Linda Giesel begrüßen zu dürfen. Liebe Linda, schön, dass du dir die Zeit nimmst für das Gespräch. Danke. Ich danke dir, lieber Kai. Ich freue mich sehr, mit dir hier zu sein. Ja, die Freude ist ganz auf meiner Seite, Linda. Du bist seins Potenzial-Coach. Du bist ja schon viele Jahrzehnte unterwegs, dein eigenes Potenzial zu entfalten und auch deine Schöpferkraft zu aktivieren. Und ich freue mich, dass wir uns heute über dieses so wichtige Thema austauschen dürfen, denn es ist ja mehr als dran, dass wir wieder uns erinnern, zum einen, aber auch Blockaden, wie wir, denke ich, gleich noch erfahren werden, auch lösen dürfen, um wieder voll unser gesamtes Potenzial zu entfalten. Was würdest du denn sagen aus deiner Erfahrung, was ist denn so die Nummer eins, was uns eigentlich davon abhält, dass wir unsere Potenziale überhaupt entfalten können? Erstmal, dass wir unsere Potenziale nicht kennen. Und das Zweite eben ganz klar unser Denker, unser Verstand, unsere Überzeugungen, unsere, ja, all das, was wir gelernt haben. Unser Kopf ist voll mit Überzeugungen, mit Glaubenssätzen, mit Hemmungen, mit Zweifeln, mit, ja, mit alten Verletzungen auch. Ja, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht liebenswert. Ja, ich könnte mich blamieren. Also die ganzen Ängste. Und das ist alles hausgemacht. Ja, egal, wer das in uns reingestoppt hat, aber wir halten das schön weiter am Leben. Wir haben wie eine Kugel um uns herum, eine dunkle Kugel, die uns vom wahren Leben trennt. Und die können wir jetzt dank unserer Schöpferkraft durchdringen. Und das ist total wertvoll, uns wieder darauf zu besinnen, da gibt es mehr als das, was wir denken. Und das wollen wir heute mal schauen, ob wir das aktiviert kriegen, ob wir da einen roten Weg, einen roten Faden finden. Ja, das ist schön. Und wenn du sagst, was uns gerade so blockiert, dann, wenn man jetzt sich Kinder anschaut, die ja im Grunde genommen diese Blockaden erstmal noch nicht, zumindest nicht verstandesmäßig in sich haben, würdest du auch sagen, dass bei den Kindern da eben ja alles veranlagt ist? Weil uns ist ja alles gegeben. Also wir sind das ja schon. Und dann Stück für Stück vergessen wir es. Oder es wird eben auch von außen blockiert. Genau. Naja, es ist ja so, dass wir uns auf diese Reise in diesen Körper machen, um uns genauso blockiert zu erfahren. Machen wir das mal ganz einfach. Wenn wir wüssten, dass wir unermessliche Liebe sind, dass wir gigantisches Potenzial sind, dass wir einfach nur über unser Bewusstsein die Realität jederzeit verändern könnten, dann würde dieses Spiel ja hier keinen Sinn machen. Dann würden wir ja bei jeder schwierigen Lebensphase mal eben ein bisschen Hex-Hex und dann wäre alles gelöst. Aber nein, es ist ja genau unser Anliegen, auch mal Freude, Wut, Aua, Schmerz, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Ohnmacht zu fühlen, um einfach diese Erfahrungen auch des Individuums zu machen. Du bist so viel größer, so viel mehr, so lichtvoller. Du bist Licht, du bist Liebe, du bist reines Potenzial. Du bist reines Potenzial. Du bist hier, um eine Erfahrung zu machen. Dein Körper ist für dich, aus tiefster Liebe für dich in diese Welt gekommen. Der hat ein eigenes Bewusstsein und möchte dir helfen, möchte dir die, möchte dir diese Erfahrungsreise ermöglichen. Verbinde dich wieder mit deinem Körper. Begreife ihn wieder als ein lichtvolles Schwingungsfeld. Begreife, dass deine eigenen, jede Körperzelle ein eigenes Bewusstsein hat, dein ganzer Körper ein Bewusstsein hat und dass ihr alle miteinander kommuniziert. Begreife dich als ein Universum. Neumann, dein ganzer Körper berlin. Begreife. Begreife dich als ein�ge mal ganzer schmerzend. Begreife. 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 Begreif dich als einverlässer um